So Leute, es wird jetzt gleich mal wieder Zeit für ein Update-Video zum Bitcoin-Kurs, denn euch quält wahrscheinlich auch die Frage, wie lang kann diese Korrektur noch anhalten, bis wo werden wir fallen, wo wird denn Bitcoin endlich ein Reversal antreten und wann kann ich neue Long-Positionen eröffnen? All diese Fragen werde ich euch heute in diesem Video beantworten. Ich werde euch natürlich wie immer ganz genau sagen, was ich in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen und auch in den nächsten Wochen vom Bitcoin-Kurs erwarte. Wir werden uns in diesem Video sogar den Monatschart einmal anschauen, aber man muss natürlich ganz klar sagen, Leute, ich habe jetzt erstmal seit einer Woche nichts mehr hochgeladen, das heißt, so oder so habe ich sehr, sehr viele Informationen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Denn Leute, ich bin natürlich hier, wie ihr sehen könnt, mit meinem Setup tatsächlich aktuell nicht mehr in Dubai, Leute. Ich muss das ganze Setup verschicken, erst wieder aufbauen, deshalb hat das einige Zeit gedauert, aber Leute, jetzt ist hier wieder alles aufgebaut. Das heißt, jetzt gibt es tatsächlich auch wieder Updates auf YouTube und nicht nur in meiner kostenlosen Telegram-Gruppe. Da habe ich euch natürlich sowieso up-to-date gehalten, da habe ich euch ja ganz genau auch über meine Trades informiert. Ich möchte jetzt, bevor wir uns den Bitcoin-Kurs auch genauer anschauen, euch ganz kurz ein Update zu meinen Trades geben, Leute. Aktuell, wir haben in der Telegram-Gruppe noch zweimal sehr große Profite vom Ethereum-Long-Trade runtergenommen. Wie ihr seht, Ethereum hat ja auch ordentlich korrigiert. Wir haben perfekt nochmal richtig ordentlich Profite bei über 4.150 Dollar genommen in der Telegram-Gruppe. Die Hälfte von meinem Trade hatte ich da geschlossen, live in der Telegram-Gruppe mit einem Video. Und da muss man ganz klar sagen, diese ganzen Profite, die wir hier mit dem Ethereum-Long-Trade gemacht haben, weil wir sind ja seit 2.500 Dollar long bei Ethereum, die ganzen Profite, die wir hier gemacht haben, haben jetzt glücklicherweise dafür gereicht, tatsächlich einen meiner Bitcoin-Trades auszugleichen. Denn ich muss ganz klar sagen, Leute, wie ich euch auch gesagt habe, ich habe einen meiner Bitcoin-Long-Trades laufen lassen und der wurde jetzt bei diesem extrem, extrem starken Drop, mein Futures-Long-Trade, um genau zu sein, wurde tatsächlich liquidiert, Leute. Das war jetzt einer der ersten Trades, diesen Bullenmarktes, die tatsächlich bei mir liquidiert wurden. Trotzdem muss man das Minus hinnehmen. 5 Bitcoin habe ich in diesem Trade tatsächlich verloren. Zum Glück haben wir natürlich über 100 Ethereum an Profiten genommen gehabt bei unserem Ethereum-Long-Trade. Deshalb gleicht sich das Ganze einigermaßen aus. Aber trotzdem, Leute, ich habe aktuell nur noch eine 3x-Long-Position offen. Das war's. Ich werde euch aber natürlich ganz genau jetzt auch sagen, wann ich meine neuen Trades jetzt eröffnen werde oder ob ich überhaupt nochmal neue Trades eröffnen werde. Als allererstes müssen wir uns jetzt mal anschauen, was ist mit dem Bitcoin-Kurs passiert. Wir waren hier in diesem Falling Wedge oder in diesem Rising Wedge, besser gesagt, in meinem letzten Video. Hatten ein gutes Potenzial auszubrechen. Hatten hier auch dieses große Ascending, Broadening Wedge-Szenario. Das heißt, alles sehr, sehr bullish. Was passiert in diesem sehr kritischen Moment, wo es hier wirklich darum geht, ein Breakout nach oben oder nach unten? Elon Musk twittert auf Twitter, dass Tesla keine Bitcoin mehr als Zahlungsmethode akzeptiert. Und er sich auch Sorgen macht, weil, warum? Weil eben Bitcoin so viel Energie verbraucht und damit nicht gerade umweltfreundlich ist. Worüber man sich jetzt streiten kann, das ist natürlich, gibt natürlich auch Statistiken, dass ein Großteil der Bitcoin-Miner an Sachen wie Wasserkraftwerken oder Solarpaneln hängen. Das heißt, da muss man dann wieder ganz klar sagen, okay, ist das wirklich so ein großes Problem mit dem Energieverbrauch? Wäre es dann nicht vielleicht eher ein Problem mit den hohen Mining, also mit den hohen Computerschrott, der dadurch entsteht? Aber wie gesagt, da gibt es auch viele Statistiken, die das eher ein bisschen widerlegen. Das hat natürlich dann dazu geführt, dass wir hier ein bearishes Breakout aus dem Rising Wedge hatten. Haben ihn als Widerstand getestet, wurden rejected, sind gefallen. Haben es nicht mal geschafft, weil dann natürlich direkt danach kam nochmal ein Tweet hinterher von Elon Musk. Er hat auf einen Tweet geantwortet und das habe ich dann auch in der Telegram-Gruppe gepostet gehabt. Hat er ja getweetet, dass als einer gefragt hat und die ganzen Bitcoiner, die werden sich schön ärgern, wenn sie in ein paar Monaten erfahren, dass Tesla schon lange ihre Bitcoin-Holdings verkauft hat. Da hat er darauf geantwortet, Indeed. Ja, also als so, okay, Tesla hat schon all seine Bitcoin-Holdings, aber anonym oder geheim, sage ich jetzt mal, verkauft. Danach ist der Bitcoin-Kurs nochmal weitergefallen. Wir haben hier dieses bestätigte Breakout aus unserem Ascending Broadening Wedge gesehen. Und jetzt muss man natürlich ganz klar sagen, wie geht es jetzt mit dem Bitcoin-Kurs weiter. Elon Musk hat natürlich ganz klar, man muss sagen, er hat nur announced, dass Tesla es nicht mehr als Zahlungsmethode akzeptiert. Die ganze Krypto-Community hat ihn angefangen zu haten. Vielleicht hat er sich dann eben gedacht mit diesem Indeed, weil es ist ja tatsächlich jetzt im Nachhinein gesagt, dass Tesla nichts verkauft hat. Indeed heißt dann vielleicht tatsächlich so ein bisschen, hat er nur gemacht, um eben nochmal der Krypto-Community eins auszuwischen. Weil er hat natürlich Krypto grundsätzlich extrem viel weitergeholfen. Und es ist natürlich für ihn nicht schön zu sehen, dass sobald er eine Sache macht, die auch nur leicht kontraproduktiv zu Krypto ist. Und das ist ja nicht im allgemeinen Krypto-Space, sondern er sagt halt eben nur, dass es nicht, sage ich jetzt mal, so umweltfreundlich ist, der Energieverbrauch von Bitcoin. Dass dann natürlich alle sich gegen ihn wenden. War klar, dass er da vielleicht nochmal uns einen aussetzen will, der Krypto-Community. Auch wenn ich davon ausgehe, dass die meisten von euch ihn jetzt nicht als komplett Schuldigen befunden haben, war natürlich etwas schade, dass genau so eine wichtige Meldung in genau so einem wichtigen Entscheidungspunkt gekommen ist. Das war natürlich dann klar, dass das den Markt sehr, sehr negativ impacten wird. Vor allen Dingen nach einer drei Monate langen Konsolidierungsphase und dann an so einem wichtigen Entscheidungspunkt war das vielleicht nicht der wirklich schönste und beste Zeitpunkt, wo man sowas hätte tweeten können. So oder so, Leute, das Target von unserem Broadening Rising Wedge ist jetzt mehr oder weniger erreicht. Das Target ist ja sozusagen hier der Anfang. Wie ihr sehen könnt, Leute, das ist jetzt hier erreicht. Wir haben unser Preisziel erreicht. Bedeutet das jetzt, dass wir hier bei Bitcoin tatsächlich bereits ein Reversal erwarten können? Leute, ich muss ganz klar sagen, ich habe tatsächlich hier immer noch unsere 8-Jahres-Widerstandslinie. Wie ihr wisst, Leute, wir haben diese 8-Jahres-Widerstandslinie getradet. Als alle dachten, wir werden noch weiter fallen, haben wir bei 31.000 Dollar neue Long-Positionen eröffnet, weil Bitcoin eben optimal auf dem Weekly-Chart hier auf dem großen 8-Jahres-Support gebounced ist. Und was jetzt gerade passiert, ist tatsächlich ein Szenario, was nichts Neues für euch ist. Wenn ihr euch daran erinnert, Leute, ich habe schon öfters gesagt, dass es gut sein kann, dass Bitcoin jetzt hier zwischen dem 11-Jahres-Widerstand und der 8-Jahres-Support-Linie konsolidiert und wir dann erst gegen Ende des Jahres oder gegen Anfang nächsten Jahres dieses riesige, enorme Breakout haben. Das war eine Sache, die ich schon in früheren Videos gezeigt habe. Und ihr wisst auch, ich habe bereits im Dezember gesagt, dass ich erwarte, dass wir das erste Mal große Probleme mit dem Bitcoin-Kurs bei dieser roten Widerstandslinie bekommen werden. Und diese hatte ich natürlich, bevor wir hier hochgepumpt sind, bereits eingezeichnet in meinen Videos. Das heißt, wir sehen perfekt, wie wir an dieser Widerstandslinie tatsächlich jetzt hier gescheitert sind und wir es nicht geschafft haben, darüber hinaus auszubrechen. Ich habe euch ja auch schon die ganze Zeit gesagt, seit der ersten Rejection, hier habe ich immer wieder in Videos gesagt, ich bin sehr vorsichtig mit großen Trades. Ich mache keine großen Long-Positionen, bis wir nicht bestätigt hier über unseren 11-Jahres-Widerstand ausgebrochen sind. Ich habe es die ganze Zeit gesagt und habe mich auch daran gehalten und das hat wirklich wunderbar funktioniert, dass man in dieser Zeit eben, solange man nicht über dem 11-Jahres-Widerstand rüber ist, dass man da eben noch keine großen Trades macht. Jetzt ist aber sehr interessant, wann können wir denn die nächsten großen Trades machen? Und ich glaube, die nächste Opportunity, weshalb ich auch meinen 3x Long-Position-Trade gerade noch offen habe, steht kurz vor der Tür, Leute. Ich glaube, die steht kurz vor der Tür und zwar glaube ich, dass Bitcoin in der nächsten Woche an sich spätestens ungefähr im Bereich von 40.000 Dollar einen Bounce hinlegen wird. Ich glaube, dass wir da tatsächlich bouncen werden im Bereich von 40.000 Dollar, dann sind wir ungefähr auf die Hälfte der Weekly EMA-Ribbons runter korrigiert, plus auf den wichtigen 8-Jahres-Support, auf dem wir schon mal gebounced sind. Ihr wisst aber auch ganz genau, über was für ein Szenario haben wir damals noch geredet. Wir haben damals auch über das Szenario geredet, dass wir natürlich auf gar keinen Fall hier ein Head-and-Shoulders-Pattern formen wollen. Denn, Leute, hier könnte man natürlich ganz klar sagen, ist eine Schulter, hier ist dann jetzt der Kopf und wenn wir jetzt hier bouncen und nochmal rejected werden, haben wir hier noch eine wunderbare Schulter. Und wenn wir dann hier natürlich diesen kritischen Support nach unten hindurch brechen, brechen wir auch aus diesem wunderschönen großen Head-and-Shoulders-Pattern aus, was dann dazu führt, dass wir tatsächlich mit einem gigantischen Price-Drop bis runter auf 17.000 Dollar rechnen müssen. Das heißt, unter die Weekly EMA-Ribbons, die Weekly EMA-Ribbons wären definitiv dann bearish. Wir würden hier einen Price-Drop sehen, würden hier wahrscheinlich ein bisschen konsolidieren und würden dann erst tatsächlich anfangen, vielleicht hier so gigantische Kurse von 800.000 Dollar beim Bitcoin zu sehen, dann erst im Jahr 2023. Das dürfen wir uns tatsächlich, das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Wir befinden uns hier in einer sehr, sehr spannenden Phase jetzt aktuell. Natürlich bedeutet das auch, dass es hier sehr viel Opportunity gibt. Das heißt, es gibt hier sehr viele Möglichkeiten, wieder gute Trade-Entries zu finden. Alle Leute, die sich hier oben geärgert haben, dass sie hier unten keinen Long eröffnet haben, die können jetzt so gesehen froh sein. Ihr bekommt nochmal die Möglichkeit, hier jetzt mit uns mitzutraden. Wie gesagt, ich habe bereits eine 3x Long-Position offen. Liquidation-Preis von dieser 3x Long-Position ist bei 36.000 Dollar. Das heißt, wenn wir jetzt hier runterdumpen, sollte ich auf jeden Fall mit dieser Position noch drin sein und ich werde dann auch eine neue Position hier unten eröffnen. Oder sobald wir einen Bullischen Weekly Close oder, wann werde ich auch noch eine Long-Position eröffnen, wenn wir mit dem Weekly Chart über den Weekly EMA Ribbons wieder schließen, dann werde ich tatsächlich auch eine Long-Position eröffnen. Denn ihr wisst ganz genau, im letzten Bullenmarkt, Leute, haben wir auch immer wieder, wie ihr sehen könnt, die Weekly EMAs angetestet. Aber sobald wir eine grüne Kerze aus den Weekly EMAs raus hatten, eine grüne Weekly Kerze, war die Korrektur vorbei und wir sind erstmal richtig schön weiter nach oben geschossen. Und deshalb, ganz klare Geschichte, sobald wir eine grüne Weekly Candle aus den EMA Ribbons draußen schließen, bedeutet das auch für mich, meine Long-Position zu vergrößern und auch im Zweifelsfall nochmal eine neue Long-Position zu eröffnen, solange wir jetzt nicht hier eh auf 40.000 Dollar runterdumpen, wo sowieso mein Target ist, wo ich eine neue Long-Position eröffnen möchte. Ansonsten schauen wir uns mal Ethereum an. Bei Ethereum, wie gesagt, Ethereum ist natürlich auch gerade gut am Korrigieren. Wir haben bei Ethereum eine, man muss es wirklich sagen, wir haben ja bei Ethereum einen riesigen Run-Up hingelegt. Ja, ich bin ja davon ausgegangen, dass wir bis auf 4.800 Dollar hochgehen könnten, habe dann aber auch in der Telegram-Gruppe gesagt, bei 4.150 Dollar. Ganz hier oben beim Top, Leute, habe ich in der Telegram-Gruppe gepostet. Leute, ich glaube, Ethereum wird es nicht mehr schaffen, das ursprüngliche Kursziel von 4.800 Dollar zu erreichen. Aus diesem Grund werde ich jetzt erneut die Hälfte von meiner Position schließen, genau am Top. Und jetzt formt natürlich Ethereum ein weiteres Chart-Pattern. Man könnte, das Ganze ist ein bisschen unschön, klar, wegen natürlich auch der Volatilität, die wir bei Bitcoin sehen. Aber es ist tatsächlich so, dass hier Ethereum so ein bisschen in die Richtung, und das ist natürlich kein wunderschönes Pattern jetzt hier an der Stelle, aber man kann es trotzdem so ein bisschen einzeichnen. Es befindet sich hier tatsächlich in einem Rising, in einem Falling Wedge, Leute. Ethereum ford einen Falling Wedge. Was natürlich bedeutet, dass wir bei Ethereum noch ein bisschen mehr Downside erwarten können. Also auf 3.000 Dollar können wir runter. Dann werde ich tatsächlich hier die ersten Ethereum Long Positionen öffnen, sollten wir ein bullisches Breakout hier tatsächlich aus diesem Falling Wedge raus sehen. Und das würde halt auch perfekt damit übereinstimmen, wenn wir jetzt hier bei Ethereum noch ein bisschen weiter korrigieren, dass Ethereum dann kurz vor Bitcoin ein Reversal startet, ja, und Bitcoin tatsächlich noch ein bisschen dumpt. Wie gesagt, bis auf 40.000 Dollar könnte ich mir gut vorstellen, dass wir noch runterdumpen werden, bevor wir dann eben die Möglichkeit für ein Reversal haben, vielleicht mit einem W oder anderen Chart-Pattern. Das ist momentan so das, was ich im Auge behalte. Wie gesagt, Leute, einzige ganz wichtige ist natürlich, dass wenn wir hier bouncen, ja, dass wir dann nicht hier ein Inverse-Head-and-Shoulders-Pattern formen. Und ganz wichtig ist natürlich, dass wir hier bouncen. Ich glaube, ein Weekly Close unter diesem 8-Jahre-Support hier, oh, dann wird es wirklich brenzlig. Also dann können Preis-Drops 33.000, 24.000 Dollar, dann ist nach unten in alles möglich. Dann werde ich natürlich mit Long Trades ganz klar mich erstmal zurückhalten. Aber bis dahin gibt es die Chance, dass wir hier eben bouncen. Aus dem Grund, 3x Long-Position ist da. Ethereum Breakout hier aus diesem Falling Wedge wäre auch ein Trade-Szenario für mich. So oder so, seid ihr jetzt schon mal wieder ein bisschen up-to-date? Klar war ärgerlich, dass Elon Musk hier in diesem sehr kritischen Bereich sich gegen Bitcoin geäußert hat. War natürlich klar, dass das wirklich fatt auslöst. Jetzt verkaufen die ganzen Weak Hands, Leute. Werden jetzt hier aus dem Markt rausgespült. Denn wir reden natürlich hier auch jetzt mittlerweile vom All-Time-High von einer 34% Korrektur. Das heißt, hier werden natürlich auch ganz klar Weekends aus dem Markt jetzt ausgewaschen. Leute, die hier oben gekauft haben, die verkaufen jetzt noch schnell. Das heißt, wie gesagt, Downside bis 40.000 ist, denke ich, sehr, sehr realistisch. Und dann müssen wir mal schauen, nachdem alle Weekends aus dem Markt draußen sind, ob der Markt dann jetzt tatsächlich bereit für eine weitere Rallye ist oder ob wir tatsächlich in die nächste Bärenphase gehen. Das wird sich bereits in den nächsten Wochen entscheiden. Das heißt, diese Phase wird extrem, extrem spannend sein. Na Leute, ich lade jetzt mal dieses Video so schnell wie möglich hoch. Morgen wird es auch wieder ein YouTube-Video geben. Ich halte euch natürlich so oder so up to date in der Telegram-Gruppe. Dann würde ich sagen, sehen wir uns. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Ciao.